Zum Mosterfest kommt ein Schwall Saharastaub zu uns nach Deutschland und das gar nicht mal so in geringen Mengen. Saharastaub sind Mineralien oder anders ausgedrückt in der Atmosphäre Aerosole und die dienen als Kondensationskeime. Das heißt der Wasserdampf kann an diesen ganz ganz kleinen Teilchen kondensieren und dadurch wird die Wolkenbildung verstärkt, wenn ziemlich viel Saharastaub in der Atmosphäre ist. Das führt natürlich auch dazu, dass die Wettermodelle zwar Sonnenschein ansagen und vielleicht Temperaturen von 20 bis 25 Grad, nur in Wirklichkeit durch diesen ganzen Saharastaub wird die Sonne kaum bis gar nicht zu sehen sein und das hat dann auch Auswirkungen auf die Temperaturen. Denn wenn die Sonne nicht rauskommt, kann sie die Luft nicht wunderbar erwärmen mit ihrer Strahlung. Das heißt, da werden schnell mal aus 20 bis 25 Grad eher 10 bis 15 Grad, so ähnlich wird es sehr wahrscheinlich auch am Osterwochenende der Fall sein. Das bedeutet auch, dass einige Wetter-Apps dann durchaus mal daneben liegen. Also schaut gerne mal bei uns in die Videos rein, da informieren wir euch natürlich ein bisschen konkreter über die Temperaturen, weil wir Meteorologen das nämlich bei unserer Vorhersage berücksichtigen.